wie frei sind wir darin eine wahl zu treffen oder unterliegen wir zwängen von innen und außen wie steht es um die freiheit unseres willens wie vorbestimmt es unser leben der gedankengang zu diesen fragen reicht aus unserer europäischen perspektive über zwei jahrtausende zurück es lohnt sich diesen gedankengang ein paar meter zurück zu gehen zu seinem anfang und ein paar meilensteinen so lässt sich nachvollziehen woher und wie weit es gekommen ist unser heutiges verständnis von freiheit denn in der gegenwart des 21 jahrhunderts soll jede und jeder frei sein zu tun und zu lassen was er oder sie mag sofern das geltende recht beachtet und die würde des menschen nicht angetastet wird das steht im großen kontrast zu der gesellschaft vor rund 2500 jahren in der antike griechische stadtstaaten wie athen zum beispiel sind die geburtsstätte philosophischen denkens in europa und auf diesem fußt unsere verfassung doch in der antike galt nur als frei wer bürger eines solchen stadtstaates war nicht etwa nur besitz eines bürgers also sklave oder den bürger anderweitig unterstellt also kind oder frau freiheit wird zu jener zeit von außen verliehen und ist abhängig von den jeweils geltenden rechten und gesetzen dementsprechend ist zum beispiel die attische demokratie also die demokratie im alten athen in der regel nur einer wählerschaft von wohlhabenden männern mit bürgerrechten vorbehalten einem überschaubaren kreis platon ist ein solch wohlhabender mann mitglied der oberschicht aber auch kritiker des systems er erlebt wie die bürger athens gegen seinen freund und lehrer sokrates das todesurteil aussprechen folglich verliert er den glauben daran dass der staat in dem erlebt ein guter sei später ersinnt platon einen eigenen idealen staat er entwirft ihnen in seiner schrift politeia wenn er darin den seelen die in einem solchen staat wohnen eine wahlmöglichkeit darüber zuschreibt welches los sie ziehen und was sie daraus machen dann ist damit die innere freiheit angesprochen bei platon wird die innere freiheit bereits höher gewichtet als es zu jener zeit üblich war jahrzehnte nach platon gewinnt die stoa an bekanntheit das ist eine schule und denkweise die scheinbar wieder zwei schritte zurückgeht weg von der inneren freiheit und sogar jener äußeren freiheit die von gesetzen und rechten vorgegeben wird die vertreter der store halten das leben für vorbestimmt also determiniert sie vertreten den determinismus auf die äußeren gegebenheiten haben wir keinerlei einfluss eines jeden menschen schicksal steht bereits bei seiner geburt fest von äußerer freiheit kann da keine rede sein im gegenteil wir sind gefangen in einem räderwerk aus dem es kein entkommen gibt und doch sehen die stoiker in dieser weltanschauung eine möglichkeit zur freiheit und diese ist tatsächlich eine innere freiheit wenn nämlich die natur alles vorgibt dann ist es nur vernünftig ihre macht anzuerkennen in dieser vernünftigen erkenntnis und akzeptanz den eigenen willen zurückzunehmen und die natur walten zu lassen darin sehen die stoiker innere freiheit 500 jahre lang fand diese leere anhänger die sie weiter trugen die idee vom determinismus drängt sich auch heute im 21 jahrhundert in einer neuen fundierteren dimension auf der sogenannte neuronale determinismus hat es endgültig auf die innere freiheit abgesehen demnach sind es die interaktionen der nerven in unserem gehirn die uns unseren willen diktieren der kognitionspsychologe wolfgang prinz sagt es so wir tun nicht was wir wollen sondern wir wollen was wir tun der stoiker der den gang der dinge freiheitlich akzeptieren will akzeptiert den gang der dinge auf ein kommando seines gehirns hin und denkt dabei ist zu wollen damit ist die willensfreiheit von der man durchaus gerne ausgehen mag nur eine illusion ein nebeneffekt des neuronalen feuerwerks zwischen unseren ohren welche auswirkungen diese vorstellung auf fragen grund ums verantwortungsbewusstsein eines einzelnen hat oder das strafrecht einer gemeinschaft darin liegt der zündstoff verborgen der mit dem neuronalen determinismus einhergeht es gibt zum beispiel ideen das strafrecht anzupassen weil straftäter eben nicht herren über ihren eigenen willen sind winfried hassema der ehemalige vizepräsident des bundesverfassungsgerichts sagt dazu dass man nicht in derselben sprache über biologische und soziale phänomene sprechen solle biologen mögen es mit einem konstrukt aus fleisch und knochen und kommunizierenden nervenzellen zu tun haben dass sie homo sapiens nennen im alltag interagieren wir jedoch als personen wir akzeptieren eine million sachen als gegeben die in der welt nicht wirklich zu finden sind den staat zum beispiel seine gesetze die währung kredite vieles von dem was unser gemeinsames leben ermöglicht wurde von uns erdacht und existiert in einem anderen spektrum als unser körperliches sein und dingliche gegenstände wenn mir die nachbarin mit einer axt entgegenkommt erkenne ich homo sapiens mit einem schlagwerkzeug ja aber vor allem bemerke ich sie als eine person die damit einen baum fällen oder mich attackieren kann ich unterstelle der nachbarin ein könnensbewusstsein weil es sich um einen menschen handelt so wie ich einer bin der ich ja ein könnensbewusstsein habe dabei geht es immer um eine freiheit von etwas zb frei davon einen bestimmten instinkt nachgehen zu müssen wie tiere es tun frei von allem was man nicht tun muss das nennt man negative freiheit seine meinung sagen zu dürfen weil man frei von zensur ist fällt auch darunter positive freiheit hingegen wird als freiheit zu etwas verstanden und führt uns zur sogenannten qualifizierten freiheit was es mit dieser auf sich hat das erörter ich im nächsten beitrag bis dahin